Nein, fahr doch nochmal irgendwo durch bitte. Ja, ich hab's überholt. Ich hab's überholt. Ja, komm, komm, komm. Ja, nein. Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Peterle mit einer neuen Folge Minecraft und heute spielen wir mal Mario Kart mit dem lieben Kong Crafter. Hi, was geht? Luca. Hi. Alles gut? Du rastest ja richtig aus. Ready? Set? Go, Alter. Mal gucken, Alter, was bei dir geht. Junge. Ich spiele R5. Das sieht viel geiler aus dann. Okay, ja, das ist richtig nice. Und zwar haben wir diesen Modus bei Sturmwaffel gesehen und haben uns gedacht, wir spielen... Ich bin erster! Ich bin erster! Ich dachte, du bist hinter mir, Alter. Was ist los mit dir? Junge, ich bin schon irgendwo durchgefahren. Das ist halt mega geil, Leute, weil da gibt's gerade, könnt ihr bei mir in den Inventar sehen, hab ich echt so einen Pilz. Also wie bei Mario Kart halt dieser Pilz, der gibt halt einen Boost, so. Das ist so mega geil. Aber die Steuerung. Aber jetzt hat er es gerade wieder aus F5 raus, wie du eben auch hattest. Das geht manchmal halt aus dem Modus raus. Aber guck mal, ich bin erster, du bist zweiter oder dritter. Du lieferst... LOL, ich bin zweiter, Alter. Ja, du holst mich lieber nicht, Mann. Ja, okay, ich bin dritter. Ich hab gerade Bananen gehabt, Alter. Du gehst aber schon ab, Mann. Das ist richtig sick. Ja, wohin war ich die ganze Zeit letzter oder irgendein... Kack? Ja, jetzt... Natürlich, in meiner Aufnahme musst du ausrasten, so. Ich hab auch gerade, äh... Und zum ersten Mal das Schwert angewendet, tatsächlich. Hä? Warum bin ich denn so langsam, Alter? Ich bin jetzt fünfter. Ja, ich war gerade auch mega langsam. Da wirst du von so einem... äh, wurdest du dann von so einem Panzer getroffen. Du bist so schnell, ich kann dich gar nicht mehr sehen, Mann. Ja, ich bin erster schon wieder, ne? Lab 2! Seitdem wir uns zusammen gerade die Items durchgelesen haben, kann ich das echt viel besser, so. Also natürlich sowas wie Banane wusste man und so, aber das mit den... mit den Panzern und so, das war mir jetzt noch gar nicht so gut. Ja, vor allem mit dem Schwert, so. Ja, ich hab... Ich behol dich, da bist du. Luca, Alter. Ja, weil so ein blaues Ding kam, Alter. Ja, ist klar. Jeder, pass auf, Mann. Ich komm von da hinten. Ich komm von da hinten. Nein! Nein! Alter, wer war das denn? Warst du das? Lol, Alter, ich bin achter, Mann. Ich bin achter, fuck! Ich bin fünfter. Oh, da hat einer einen Blitz gehabt. Jetzt sind wir beide wieder voll am Arsch, hier. Das ist so typisch Mario Kart, Alter. Ja, wenn du erster bist, dann beendest du das Rennen safely als erster. Ja, ist so. Ist einfach so. What the fuck, Alter? Was ist mit dem? Der hat ja richtig viel drauf. Ich krieg hier die ganze Scheiße an, Mann! Du bist auch schon wieder vor mir. Nee, nee, nee. Wir sind so auf einem Level gerade. Ich seh dich, ich seh dich. Ah! Ich war wie so ein Betrugner. Jetzt hab ich so ein Schild, Alter. Jetzt geht's ab. Jetzt kann man nämlich nichts anderen haben. Bitte, ich brauch ein Schwert, dann boxe ich dich direkt weg. Ah, nein, 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 ich bin wieder raus aus dem F5-Modus. Oh, ich bin, ich bin Achter. Alter, ich bin vor dir. Ein Platz. Nee, ich bin siebter. Ja, doch, ich seh dich. Nein, ich fahr die ganze Zeit gegen die Wand, Alter. Ja, Junge, wenn man einmal in die Wand gefahren ist und dann auch mit dem komischen F1- oder F5-Modus dann halt wieder. Das ist so komisch. Ohne Spaß, Alter. Mann, ich seh dich, ich seh dich. Ah, nein, da ist die Bananenschale, fuck. What the fuck, Mann. Was ist denn los? Ich will never get me alive. Ich bin vierter. Echt? Ja, ich seh dich, ich bin, ich bin, ich bin recht hinter dir, Alter. Mein Gott, schau mal, wie viele hier gerade sind. Ja. Oh, nein, ich war voll in TNT rein. Ja, ich bin gerade noch so davon gekommen, ey. Ich brauch was Gutes, schnell, es ist gleich vorbei. Nein, ich bin durch die Bananenschale. Ja, ich hab, Alter. Ja, ja, ja. Nein, ich bin wieder vor dir. Nein, Alter. Du hast auch irgendwie ein viel cooleres Bötchen oder Schiffchen als ich. Nein, ja, bist du. Ich seh dich, ich seh dich. Alter, ich will dich nur überholen. Nein. Ja, ich krieg gar keine Items mehr, Mann. Ja. Nein. Immer so, ja, nein. Warte, Peter, pass auf. Ich hoffe, ich kriege jetzt irgendeine Bombe. Ich will einfach, nein, du bist Dritter, Mann. Du bist vor mir wieder. Ich bin voll in die falsche Richtung. Ja, ich seh dich, ich seh dich, Alter. Ja. Ich will nur aufs Treppchen. Lass mich vor. Oh nein, 30 Sekunden noch. Nein. Nein, ich bin Vierter geworden, Alter. Du bist Zweiter? Ja. Nein. Ich stehe auf dem Treppchen. Siehst du mich, Peter? Guck mal, ich stehe auf dem Treppchen. Ich bin ein richtiger Boss. Alter, da hast du einen Pokal in der Hand. Nee, nur der hier. Warte, schau mal. Noch nicht. Gleich vielleicht. Wir hatten das Rennen noch nicht beendet. Was ist da los? Solche Larrys. Jetzt schau mal, gleich habe ich einen Pokal. Da habe ich den Pokal. Da ist er. Ich freue mich an. Yes. What the fuck? Was ist denn deine Dankesrede? Danke. Ich danke meiner Familie. Ich danke Tyson. Und ich freue mich, dass ich dieses Rennen als Zweiter beenden durfte. Ich nehme mir jetzt das Leben, Alter. Ich habe Pokal. Ich war nur, ich war, ja Mann, ich wäre fast Dritter geworden. Riecht behindert. Der schönste Tag meines Lebens. Aber ich würde sagen, machen wir noch ein Rennen. Kann man eigentlich noch eins machen. Ey, das macht so Spaß. So, Leute, jetzt spielen wir die zweite Runde auf, äh, was war das nochmal? Retro, ne? Genau, Retro. Retro. Oh, der sieht aber auch schon sehr nice aus. Da, ich sehe dich, Konkrachter. Du bist hinten links. Und ich bin in der Mitte rechts. Ja. So, go. Oh, gib Stoff, Alter. Gib alles. Nein, ich bin Vorletzter. Yeah. Ich hoffe, du verlierst, Mann. Alter, hör mal die Mucke. Wie geil ist das denn? Vor allem endlich mal eine Strecke, wo man weiß, wo man langfahren muss. Ja, vor allem das ist ein Goomba. Siehst du den? Ja. Alter, die Mucke. Richtig nice. Was ist denn jetzt passiert? Oh, das ist hinten ein Fisch. Ich dachte gerade, bla, 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 bla. Error, error, bug. Bug, bug. Wo bist du, Alter? Das habe ich... Ich bin Fünfter. Vierter, siebter. Ich bin Zweiter, Mann. Oh, jetzt bin ich Dritter. Nein, ich bin gegen den Fisch. Da ist Donkey Kong. Nein, ich bin voll in so eine Scheiß... In Burkhard sagen Möhre gefahren. Alter, ich bin nur... Ich sehe dich. Nein, nein, nein. Nicht mich überholen. Ich bin in dir drin. Ich bin in dir drin. Hau mal ab, Junge. Was bringen denn diese Coins? Ich glaube, mit den Coins kann man sich nachher locker noch irgendwas kaufen oder so. Ja, da gibt es ja so einen Shop auch im Inventar. Ja, du bist in den Dings gefahren, ne? Ich bin in die falsche Richtung. Oh, vorletzter. Du bist so ein richtiger Geisterfahrer. Mann, nein. Was? Wo geht es denn hier lang? Ja, ich wollte gerade sagen. Vorhin am Anfang noch so gefreut und jetzt... Ja, ist so, ne? Oh, ich bin dritter. Wie kann das denn jetzt weiter? Du weißt gar nicht, was du tust. Kann das sein? Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier aufdrücke. Ich bin achter, Mann. Ich verstehe gar nicht, wo ich schon wieder bin hier. Was ist denn das jetzt hier? Ich fühle mich voll klein hier. Es ist so ein kleines Dorf hier nachgebaut. Richtig cool, Mann. Ich bin zweiter. Wie kann das sein, dass du so weit vorne bist? Du hackst doch, Alter. Ich meine, du bist auch vierter. Jetzt bin ich dritter. Du hackst doch bestimmt. Ich hab hackst. Als ob du mich einfach so schnell überholt. Ja, Mann, ich hab so ein Dings. Dann fliegt er so über die Dings. Und, ey, was war das denn? Ja, ich bin verfahren hier. Mann. Ey, das nervt mich so, ne? Als ob gerade jeder zweite Rennen gegen Peterle gewinnt. Was ist denn das hier für ein Shout-Down schon wieder, meine Damen und Herren? Alter, du bist immer an einem Platz vor mir. Ja, du bist irgendwo reingefahren. Neze. Zweifel. Und jetzt bin ich wieder Geisterfahrer. Was? Achter. Was ist ein Shit? Oh, Bananenschalen. Das ist natürlich wie das Originale, Mario. Oh, wo bin ich denn durchgefahren? Ich bitte dich. Das ist wie das Originale, Mario. Sobald man weiter vorne ist, bekommt man immer den Crap, Alter. Bananenschalen und sowas. Grüner Panzer. Ja, und vor allem, du kriegst... Oh, nein, nein. Und du kriegst mal richtig viel ab, wenn du vorne bist. Ja, ist so. Und es bleibt so nie länger als ein paar Sekunden da ganz vorne. Das stimmt, das stimmt. Ich weiß noch, damals wäre uns echt auch manchmal irgendwie die Konsole durchs Fenster geflogen. Wenn man dann erst da war, dann kam noch dieser blaue Panzer. Oh, Alter. Das gab es ja sogar damals schon bei der N64, so. Wow, einfach an dir vorbeigezogen. Nee, ich bin wieder da. Oh, dann kommt der wieder mir vorbei. Was ist denn das? Alter, ich fahre wie der letzte Boss. Ich bin direkt hinter dir. Keine Angst oder so? Nee, ich bin Zweiter. Ja, ich bin Fünfter, aber ich sehe euch alle. Wie schnell sich das hier ändert in dem Game, Mann? Nein, da fahre ich an allen Items vorbei. Ich habe einen Stern. Und er legt mir da... Oh nein, ich fahre die falsche Richtung. Und er legt mir da einfach was hin, Alter. So scheiß Bananenschein. Jetzt bin ich Siebter, Mann. Wenn du schon wieder gewinnst. Ich bin Fünfter. Was? Wie kann das denn sein? Ich bin Zweiter, schieße den Ersten ab und bin... Oh Gott, wo bin ich den Letzten gefallen? Wo bin ich? Wo bin ich? Warum bekomme ich so fucking Schneebälle? Was soll ich damit? Und er schießt mich einfach zweimal ab, Alter. Keine Ahnung, wo ich bin. Ah, jetzt nicht wieder. Du bist vor mir. Du warst da eben ganz vorne, Digga. Ja, ja, weich. Boah, wie viele Bananenschalen hier liegen. Was ist da los? Yeah. Boah, Alter. Da ist er schon wieder da. Nein, Bananenschale. Ja, jetzt ist er nicht vorbei. Was, sei drauf. Aber du hast immer dieses Nice. Gefährt da unter dir. Ja, ich bin halt so ein richtiger. Es sieht aus wie bei Star Wars. Episode 1, Alter. Was ist mit dir? Was ist mit dir, Alter? War Teile, Pilzseben eingeschmissen? Nein! Nein! Ich bin in den TNT gefahren. Oh Mann, Alter. Ich komme mir einfach nicht vorwärts, ne? Aber ich bin immer noch vor dir. Das ist mein einziges Ziel. Aber ich bin auch noch Vierter. Fünfter. Vierter. Fünfter. Keine Ahnung. Nein! Du bist, ey, du bist sechster. Aber du bist irgendwo anders auf einer Strecke, ne? Ne, ich bin hinter dir, Digga. Genau hinter dir. Ich sehe dich. Aber ich fahre die ganze Zeit mit Items vorbei. Das gibt es nicht. Du hast mich überholt und das ist die letzte Runde, ey. Echt? Ja. Ja. Stimmt. Ey, ich will nicht mehr Items. Nice. Höh? Nein, du bist fünfter. Alter. Oh mein Gott, ich bin direkt hinter dir. Nein, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Was für ein Shoutdown. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich sehe, direkt hinter dir. Hau ab. Oh mein Gott. Peter, was für ein Shoutdown. Das gibt es nicht, Alter. Überall wo ich bin, wirft irgend so ein Jimmy, wirft da TNT hin, Alter. Fünfter, Peter. Ich sehe das Ziel. Ne, noch nicht. Ne, das ist doch nicht das Ziel. Ich bin siebter. Kann ich sehen. Nein! Fahr doch nochmal irgendwo durch, bitte. Ja, ich habe dich überholt. Ich habe dich überholt. Ja, ich habe dich überholt. Ja, nein! Ich zeige dir nochmal ein entscheidendes Bild am Ende. Alter, wie krank war das denn? Das war richtig krank. Aber du warst vor mir letztendlich. Ja, aber ich glaube, das war ein Kriegler, weil ich bin doch durch so eine Balanenschale gefahren. Ich glaube auch nicht. Ich war vor dir, aber dann habe ich im Chat gesehen, dass du vorne warst. Ja, aber das zeige ich nochmal in Slowmotion in meinem Video. Ja, Leute. Das war es von der Folge Mario Kart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall ein Like da und natürlich einen Kommentar ist, immer gerne gesehen. Ich antworte auch zurück. Und in der Kanalbeschreibung ist der Kanal von Concraft. Da könnt ihr mal schauen. Der nimmt gleich auch noch eine Runde auf. Da bin ich natürlich auch dabei. Und ja, schaut da gerne mal drauf. Und da geht es ab. Und dann werden wir uns wieder so ein Battle liefern. Wie gerade auch. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschaußen. Tschüss.